wie sich die musik immer gleich ändert alter was ja klar hallo jetzt so ne kötergranate wär geil so mir egal jetzt dann kommt her so bastas gut wo müssen wir eigentlich hin wir müssen noch 200 meter in die richtung das heißt wieder durch den nebel durch oder kommen wir da oben lang aber das trotzdem im nebel das heißt hier haben wir bloß eine kleine ruhepause wo wir einfach nur ein paar tiere mitnehmen konnten na gut na dann lass uns mal wieder in den nebel gehen ähm so alles klar ja dann kommt her ja 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 na komm na ich seh euch da zwei und da einer aber mit drei nehm ich's auch auf na dann komm her oh das sind noch mehr na komm willst du deinem kollegen nicht helfen? was da liegt noch einer? ja lol wäre echt dafür dass du liegen bleibst also ich würde ja sagen ich renne durch aber ich glaube da habe ich keine chance ja unser sauerstoff geht auch langsam zur neige aber wir können den ja gleich wieder auffüllen ich glaube das machen wir jetzt kurz äh ja ja wie viel haben wir jetzt sauerstoff? machen wir nochmal ok ok oh fuck oh fuck alter was ich habe aber auch das gefühl dass die langsam immer stärker werden wo müssen wir dann eigentlich hin wo müssen wir dann eigentlich hin? wir müssen ja irgendwo in die richtung es wäre toll wenn es das ding mal wieder anzeigen würde wir müssen an denne drei vorbei anders springt das nichts außer der eine dreht sich um das wäre natürlich super na komm dreh dich um du pfeife ich habe nicht ewig Zeit was war eigentlich das da? molotov warum habe ich brenn alter brenn wir müssen auch die dass die die hauptsächlich nicht vor das rasch die ist das nicht Ähm Puh Ja läuft Meinst du, ich komme da unentdeckt vorbei? Nee Jo, geil Läuft Hi Ja, fuck Wir werden so sterben jetzt Ja geil, wir werden so sterben Und ich habe keine Ahnung, wie ich da reinkomme Fuck, 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 fuck Auf offener Kampffläche, alter Auf offener Kampffläche, oh my god Wir werden so sterben Wenn wir nur irgendwo safe werden Und dann Und dann Und dann Und dann Was hab ich mit dem da? Okay, wir sind hier oben tatsächlich, ich versteh Ja, alles klar Ja, passt doch Zwar feige, aber das ist mir jetzt eigentlich sowas von relativ egal So, kann man gut aufräumen Das ist mir so egal So, wir müssen kurz was essen Und unseren Sauerstoffgehalt auffüllen Der Sauerstofftank ist auch kaputt, das ist natürlich auch super Na komm Kommt her Ja, okay Mehr Aua So Komm Na komm Leute Na komm hier zwei Oder du Einer Hier oben bin ich Ja, komm schon Komm Läuft Na kommst du, kommst du, kommst du Sehr schön So Jetzt haben wir ja ein bisschen aufgeräumt Sollte man meinen Die Frage ist trotzdem noch Wie kommen wir da rüber? Und was mache ich mit meiner scheiß Sauerstoffflasche? Ja Sauerstoff auffüllen, uns geht nämlich gleich die Luft aus Ja, das ist mir bewusst Also wenn wir sterben, dann weil wir keine Luft mehr haben Die Frage ist, wie kommen wir da rein? Tja, so nicht Tja, sieben Prozent Luft, super Oh Das war's dann wie ich meine Das war' dann, wie ich meine Ich 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 ja die frage ist was machen wir? alter wir sind sowas von am arsch sonst geht einfach gerade alles aus so und wie kommen wir da rüber? vor allem wie kommen wir jetzt heim? hier ist nichts und wir kommen hier nicht rein die frage ist kommen wir wieder zurück? durchlaufen einfach nur durchlaufen was anderes bringt uns nichts dann müssen wir das versuchen zu aktivieren probieren wir es wir müssen auf jeden fall wieder zurück anders geht es nicht und dann müssen wir das irgendwann mit einem neuen sauerstoff tank machen jetzt müssen wir jetzt mal gucken ob wir überhaupt wieder heim kommen weil wir haben ja in der hinsicht auch keine luft mehr also wir müssen jetzt erst mal wieder durch den nebel durch nebel super so ein auto wäre natürlich voll geil ja das war mir klar so unsere luft geht auch aus letzter spielspant äh welcher waren das? ich hoffe das war der spielstand nicht der wo wir gerade eben noch waren fuck wir müssen unseren sauerstoff tank reparieren ich weiß bloß nicht wie muss man mal schauen oh gott sei dank und bitte ich habe die prädiktierte locatию so sauerstoff 40% haltbarkeit so sauerstoff tank 40% haltbarkeit ok dann müssen wir reparieren ok dann müssen wir reparieren ok dann müssen wir reparieren Vielen Dank.